Wir stellen euch jetzt die Funktionen der Feinbedienung vor. Das Koppeln, Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren, Geschwindigkeit einstellen. Weitere seht ihr im Video. Bis gleich! Über ein Like und ein Abo würden wir uns freuen. Kommentare kommen in die Kommentarsektion. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram. Ich sage bis bald, der Frank von MewiWiWiTV. Ciao! Bis bald! Bis bald! Bis bald!